The Rock nicht beim Royal Rumble? In den letzten Wochen kamen Gerüchte auf, die besagten, The Rock würde einen Überraschungsauftritt beim Royal Rumble absolvieren und vielleicht sogar das Royal Rumble Match gewinnen. Dave Meltzer dementiert diese Spekulationen, generell hat WWE jedoch großes Interesse an einem baldigen Match von The Rock. Der Great One befindet sich immer wieder in Verhandlungen mit Vince McMahon. Der mehrfache Tag Team Champion Baba Ray Dudley gab über Twitter bekannt, dass es innerhalb der WWE den Plan gab, seine Bully Ray Persona einzuführen. Dabei handelt es sich um seinen Heal Einzelcharakter, das Gimmick sorgte vor allem bei Impact Wrestling und TNA für einen großen Karriereumschwung für Ray. So sollte das Bully Ray Gimmick ursprünglich bei der Raw Ausgabe debütieren, als die Duddy Boys ihren Rücktritt bekannt gaben. Bekanntlich wurde dieser Plan nie umgesetzt. Nun ist Bully Ray bei Ring of Honor unter Vertrag. Die aktuelle Raw Ausgabe erreichte in Sachen Zuschauerzahlen erneut ein Rekordtief. 2,194 Millionen Zuschauer schalteten diese Woche bei der Flaggschiff Show ein. In der Show selbst wurden die niedrigen Zuschauerquoten von Seth Rollins in einer Promo thematisiert. Dieser kritisierte außerdem in einem Interview mit The Show on Rock, das WWE-Kreativ-Team und das mangelnde Storytelling der Zeit in der WWE. Fox erwartet 3,3 Millionen Zuschauer für SmackDown ab Herbst 2019. Dies berichtet Dave Meltzer. SmackDown bewegt sich allerdings aktuell auf dem Level von 2 Millionen Zuschauern. Die Anforderungen des Fernsehsenders sind deutlich höher. Ob die WWE die Erwartungen von Fox erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Experten gehen davon aus, dass Fox eine Ausstiegsklausel im Vertrag platziert hat, sollte die Show nicht so gut laufen wie erwartet. Die Anforderungen des Fernsehsenders sind deutlich höher. Die Anforderungen des Fernsehsenders sind deutlich höher. Die Anforderungen des Fernsehsenders sind deutlich höher. Vielen Dank.